ordentlich oder chaotisch ich würde sagen von beiden ein bisschen an der arbeit bin ich eher ordentlich und strukturiert und zu hause auch gerne mal chaotisch aber nur das genie beherrscht das chaos sekt oder selters weder noch ich mag überhaupt gar keinen sekt und selters höchstens meine frühstückspause abends trinke ich lieber mal ein schönes bierchen schoko oder vanille auf jeden fall der schokoladen typ ich habe immer schokoriegel in der schreibtischschublade sparen oder ausgeben ich gebe das geld erst aus und spare danach anzug oder jeans absolut der jeans typ anzüge habe ich lange genug getragen jetzt mit casual outfit fühle ich mich in der jeans ganz wohl du spielst gerne handball wo lieber im angriff oder in der abwehr angriff ist eher mein ding ich werfe gerne tore zurücklaufen ist nicht so meins früh aufstehen oder spät ins bett gehen ich bleib gerne sehr lange auf und schlafe dann auch gerne mal schön aus vielen lieben dank gerne